So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Rost? Ja, hi. Rost? Rost? Wir sind groß geworden. Wo ist er? Eine starke junge Frau. Zwei Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Er sieht ihm gar nicht ähnlich. Okay, Stufe 3 erreicht. Aufstieg. Es gibt ein Stufensystem? Was? Wusste ich nicht, okay. Was? Es gibt Level-Bomb? Es gibt einen fucking Level-Bomb? Was? Wieso sagt mir das niemand? Wieso habe ich mich nicht informiert? Wir haben... Okay, okay. Was ist... Was ist... Stiller Schlag? Ähm... Das ist geil. Das Nahkampf ist nice. Okay. Beim Zielen während des Springens oder Rutschens verlangsamt sich die Zeit. Das ist nicht so wichtig. Das ist auch geil. Die Landung, die Stille. Das ist auch geil. Das ist auch... Das ist nice. Konzentration. Das ist... Das ist normal Nummer 1. Das ist heftig. Okay. Okay, ich nehme einfach mal... Das hier ist auf jeden Fall... Heftig. Vielleicht kann ich da noch mehrere Sachen machen. So. Die Lokhof, Heiler... Nee, komm. Okay, nur noch die stille Landung. Das macht doch mega Sinn am Anfang. So, jetzt haben wir schon drei mega heftige Kratzepunkte. Okay. Das ist das kleine Mädchen, sondern einfach eine erwachsene, starke Frau. Was? Dein Speer kann mit... Ach, Maschinenrichtung abschlagen. Probier ein Trainingspuppen aus. Okay. Trainingspuppen. Okay. Okay. Also das ist ja auch Nahkampf-Affin. Wir müssen nicht mehr so durch die Büsche schleichen, oder wie. Okay. Weil ich ein kleiner Sammler bin, nehme ich einfach mal mit. Haben wir jetzt auch im Crafting ein bisschen was Neues? Liegerpfeil. Feuerpfeil? Feuerpfeil? Was? Okay, aber wir machen einfach mal hier aufhören. Okay. Okay, alles klar. Okay, soll ich mal hier starke Schlag? Effektlich auf dem Bogen? Effektlich auf dem Bogen. Alles klar. Und so verlangt es sich auch die Zeit, finde ich gut. Wie breche ich den ganzen Kacke hier auf? Okay, sehr schön. Okay, 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 okay. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Muss ich jetzt vorsichtig sein hier, oder kann ich jetzt hier einfach so rumlaufen? Ich habe keine Ahnung. Wir wollen einfach mal den Weg entlang gehen. Ich glaube, das ist hier sicher. Wir wollen ja nicht hier ziemlich sicher. Das ist hier eine Seilbahn. Was macht er hier oben? Gute Frage. Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Wenn wir herausfinden. Kann ich hochklettern? Einfach so? Nice. Tube Raider Style. Sehr schön. Was machst du hier? Hi. Aloy. Du bist alt geworden. Du bist hier. Ja. Ist alles... Ähm... Ach ja, einfach mal, ist alles in Ordnung. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Die wäre... Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es... Kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion. Doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier. Am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Äh, das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Ähm... Ist das sonst noch was, was ich wissen sollte? Ist sonst noch was mit dir? Nein. Mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Ich hol die Teile. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Karst vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay. Wir sehen uns am Nordtor. Alles klar. Okay. Ich hab das jetzt so verstanden, dass... Okay, wir müssen da runter. Ich kann da runterrutschen? Ich... Ich kann da einfach so... Okay. Muss ich da abrutschen, oder? Okay, mach's da automatisch. Find ich gut. Karte öffnen. Okay, das ist... Kann ich denn irgendwie zoomen oder so? Schildereisen nicht möglich. Okay, wir gehen einfach mal. Wir gehen einfach mal. Wir sind so verstanden, dass Aloy quasi... Um herauszufinden, woher sie kommt, woher... Ich hab was gehört. Was mit ihrer Familie ist und so weiter. Um das herauszufinden, muss sie quasi in den Stand aufgenommen werden. Aber wenn sie in den Stand aufgenommen wird, dann muss sie Rost verlassen. Weil er bleibt ja ein Ausgestoßener. Was ich mich dann aber noch frage. Wenn Rost uns ja uns die ganzen Dinge beibringt, um diese Prüfung zu bestehen. Warum kann er nicht diesen Initiationsritus machen? So, da gab's kurz den kleinen Ruckler, weil die Aufnahme abgebrochen ist. Finde ich sehr geil von dir, liebes Aufnahmeprogramm namens Elgato. Oh, da heißt das Aufnahmeprogramm Elgato. Ich hab keine Ahnung, lassen wir das verstehen. Wir müssen... Teile... Okay, ja, die Teile für die Feuerpfeile suchen. Oder sammeln. Oder... Äh, jagen. Ich weiß noch nicht genau wie. Und, äh, die Streupperpfeile besorgen. Ich muss einfach mal nach da unten, alles klar. Lautlos... Was ist das jetzt, ne? Das war so gut wie lautlos, ja. Okay. Ist das jetzt so, dass ich... ...sich berserkerhaft auf eine Maschine losgehen kann und den Kampf rein theoretisch gewinnen kann? Also sind meine Chancen jetzt wesentlich größer als als... ...deine Göhre. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Was ist das hier? Oh, nice. Ach, das sollte ich vielleicht öfters machen. Einfach mal Sachen aufkramen, die hier irgendwie so am Weg rumliegen. Das wäre schon ganz nice. Ich muss da doch hin, oder? Ja, ist ja schön. Müssen wir denn zuerst hin? Gehen wir einfach mal hier lang. Was ist das hier? Mutterswacht. Ähm. Wieso ist das in so einer komischen Siedler in Schrift geschrieben? Mutterherz, Mutterswacht. Ähm. Ja, der Rest ist irgendwie mit so einer Farbe aufgemalt. Und dann so ein Neon-Zeug? Also das sind doch andere auch, oder ist das nur für uns? Hey, das ist auch so ganz so ein Holo. Okay. Das ist sogar so ein Holo. Was kann ich denn hier machen, genau? Gar nichts, ne? Okay. Okay. Gehen wir mal nach Mutterswacht. Können wir auf die Karte gucken? Ähm. Ne, ich gucke nicht auf die Karte. Ich erforsche einfach mal die Landschaft. Das finde ich einfach so schön. Okay, das Wasser. Sehr schön. Wir müssen ja rein theoretisch nach da hinten. Es wird uns ja angezeigt. Also streifen wir einfach mal ein bisschen durch die Lande. Das kann man in dem Spiel ganz gut machen, weil... Was ist das denn, Lohm? Was ist das für... Sehr mechanisch aussehende Ranken da oben in den Bären. Sind das... Überbleibsel von Maschine? Na, was geht? Keine Stein werfen? Ich will jetzt wirklich mein Jagdgeschick versuchen. Ehrlich jetzt? Kann ich das jetzt nicht... So markieren. Okay, der traut jetzt nur da hinten rum. Da kommt wieder her, ne? Kann ich jetzt die Spur nicht markieren? Kommst du her hier, bitte? Ja, komm. Ja, komm. Komm doch her. Ich will meinen Nahkampfangriff versuchen. So gut dann nicht. Kann ich den jetzt rein theoretisch anballern? Oder ist das uncool? Weil da zwei sind. Das macht mich nervös. Wäre nur einer, würde ich jetzt nicht hier so rum... Joggen. Aber ich versuche, die einfach mal wegzuhauen. Headshot und so. Der kommt her. Fuck you. Okay, dadurch ist der da hinten aber alarmiert. Das finde ich nicht gut. Nice! Sehr schön. Okay. Ach so, okay. Alles nehmen, bitte. Danke. Sehr schön. Ey, wie muss ich denn jetzt da sammeln? Achso, ich muss auch Läufer erlegen. Alles klar, okay. Achso, ich habe den leichten Nahkampfangriff gemacht. Wenn ich den schweren mache, dann kommt der Kritschaden vom Perk dazu. Ach so, ihr sagt mal das doch. Okay, wir laufen einfach mal weiter durch die Lande. Nach da hinten am besten. Also, die sind keine... Da brauchen wir nicht wirklich Angst haben vor den Teilen. Das finde ich sehr schön. Die haben wir mit einem gut geplaceten Hits. Vielleicht noch. Was ist das? Egal, egal. Lassen wir das so stehen im Raum. Ach, schön. Ich liebe solche Open-World-Spiele, wo man einfach mal durch die Gegend laufen kann und einfach mal die Landschaft entdecken. Das ist einfach nur so schön. Und zwischendurch haben ein paar Leute. Hier ist Dolarah, deine Schwester! Was? Schwester? Nee. Nee, bin ich hier, danke. Was ist das, wenn ich den kleinen Dulli hier töte? Es gibt Leute, die werden mich dafür hassen. Kann ich daraus auch was gewinnen? Also Leute, er hatet mich jetzt nicht dafür, dass ich den kleinen Hasen hier... Du bist doch tot, oder? Kann ich den jetzt... Oh. Fettes Fleisch. Geil. Okay. Man braucht ja auch was zu essen. Das hat mich auch ein bisschen immer irritiert in den Trailern und so. Warum jagen die jetzt die Maschinen, habe ich mir mal gedacht. Da habe ich mich immer gefragt. Nee, bin ich da. Ich würde die anballern, aber nee. Nee, nee, lassen wir das so stehen. Nice. Ich finde den Perk gut, dass man so springen kann und trotzdem eine weiche Landung hat. Was ist eigentlich eine lautlose? Okay, hier gehen wir wieder sammeln. Sehr schön. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Was ist das hier? Okay, macht Sinn. Ich muss es irgendwie gleichgewicht halten, oder geht das einfach so? Okay, das kriegt es einfach so hin. Sehr schön. Was ist das da vorne genau? Also, das ist so ein Wegfeuer, ne? So ein Checkpoint, wo ich mich dann hin teleporten kann. Sehr schön. Stellspeicher. Finde ich gut. Das ist ja irgendwie ein Far Cry Primal. Wollte spielen im Längen geil, das muss ich schon sagen. Fand ich wieder so eine Suchatulli. Der Sucher ist ja keine Herausforderung mehr für mich, also von dem her. Nee, nee. Ich kann nicht, dass wir da brechen. Ich bin jetzt mit einem starken Angriff. Jetzt muss ich mich aber anschleichen. Scheiße. Ich hoffe, der dreht sich nicht auf einmal rum. Oh shit, oh shit. Okay, krieg dich. Alter, was für eine Power hat dieser Bogen? Der hat mich doch nicht entdeckt, der hat mich doch nicht entdeckt. Doch, Alter. Okay, soll ich trotzdem treffen? Alter, was? Geh doch weg! Komm her, na komm, komm doch. Easy. Alter, was war denn das für eine Schockwelle, was der eingesetzt hat? Okay. Ich brauche ein Medi-Pack. Alter, was? Okay, wir dürfen trotzdem nicht überschätzen. Das sind keine kleinen Dullis, was wir wegrecken können. Ja, trotzdem schön leise. Das war eine Lektion. Das war eine eh... dicke Lektion. Ach so, das ist ein gutes Zeug, was wir einsammeln. Kann ich den auch noch sammeln? Geil. Okay, jetzt haben wir das eine schon komplett abgearbeitet. Genau. Hier gibt es nichts zu sehen. Hat sich halt was bewegt? Ich weiß, du bist in die andere Richtung, aber ich gehe trotzdem hier weiter, weil... Geilo, weil Geilo. Einfach nur weil Schwein... Ah. Okay, wir gehen dann doch mal dem Ziel entlang. Wenn ich jetzt alleine wäre, ich würde stundenlang einfach mal durch die Lande laufen und einfach mal alles entdecken. Aber weil wir jetzt hier im Let's Play sind, würde ich sagen, gehen wir auch mal dem Ziel nach. Und nein, ich werde den Hasen nicht töten. Das war nur ein Test vorher. Ich hätte nicht die ganze Zeit durch die Gegend laufen und Hasen töten. Ähm... Ne, nein, ich wollte den Ziel. Oh, jetzt sind noch 280 Meter. Okay, wir gehen trotzdem da lang. Wir gehen trotzdem da lang. Was ist das überhaupt für ein Ziel, wo wir gerade hinlaufen? Was ist das hier? Mutters Wiege. Okay. Okay, wir können auch spenden, ne? Sollte ich auf die Karte gucken, wo ich hin muss? Ich gucke einfach auf die Karte. Was ist das denn? Okay, hier ist Cast wegen dem, äh, Gedöns. Wegen der Falle. Ist das denn, ist das Bäckchen? Das sind wir, ne? Was ist das hier? Das sind Ruinen. Okay, wir können auch Ruinen hervorstellen. Ist das schon? Ach, und hier sind die Jäger. Okay. Das heißt, wir gehen zuerst zu Cast. Okay, wir gehen zuerst zu Cast. Kann ich das irgendwie markieren? Ach, ich kann auch herauszoomen. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße, was? Ach, du Sche... Was? Was? Okay. Schön. Äh, ja. Schön. Ist einfach mal ein Wegpunkt hier. Dann weiß ich genau, wo wir hin müssen. Sieht das jetzt oben gut? Ich meine, sie. Nee, bin ich nicht. Ist nicht hier. Ja, ich geh ja schon. Hat das jetzt schön angezeigt. Finde ich gut. Okay, jetzt sehen wir, wo wir hin müssen. Okay, Läufer brauchen wir jetzt hier also nicht suchen. Die Erde ist also dort, wo das Gebiet auf der Karte angezeigt wurde. Okay, dann gehen wir zu Cast. Zu Carsten. Können wir auch später dann mit den anderen Leuten interagieren? Das finde ich lustig. Okay, ich saue das trotzdem mal. Etwas Vorrat. Mal nachcraften. Nachher kann man ja die Bögen... Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs, Eloy. Keine Hektik. Wir haben Zeit. Also wahrscheinlich nicht. Wo der Abend soll ja der Initiationsritus sein. Nicht, sondern gibt unter. Sehe ich das richtig? Ja, ja, ja. Obwohl ich. Da ist er. Er ist nervös. Er ist nervös, was? Hi. Carsten. Hi. Sieh an, sieh an, sieh an. Wenn das keine Ausgestoßene ist. Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst. So wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Er schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen. So oder so. Ah, schön. Verabschieden. Ach, wir unterhalten uns ein bisschen. Ist doch schön. Gibt es einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin. Dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Ich glaube, die Angst hat er nicht. Ich glaube, es besteht schon ein gewisser Grad an Vertrauen zwischen den beiden. Glaubst du, ich erzähle herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Ja, Rost weiß es, das weiß er aber, glaube ich, oder? Der Einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja, er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er es wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträgst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch, nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein. Ist ja lebenslänglich. Okay. Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja. Ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagt, ich sei verdorben und gab mir fünf Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich hab vor kurzem einen Plünderer erledigt. Und die Linse ist perfekt erhalten. Was beurteile ich? Zeig her. Plünderer. B-b-b-b-b-b-b-b. Ich denke mal... Wo ist die Plündererlinse? Munition wahrscheinlich nicht. Schatz... Schatzkisten, was? Was? Schau... Was ist das denn? Ähm... Das ist was? Was? Okay, okay. Wir haben irgendwas... Wir haben irgendwas erhalten. Okay. Finde ich... Finde ich gut. Okay. Ja? Ja, okay. Wir haben irgendwas erhalten. Ah, okay. Ähm... Aber wo ist jetzt diese Linse? Ich denke mal bei Fallen und Tränke. Nee. Ich hab mich auch gewundert. Rohstoffe wahrscheinlich. Nee. Waffen doch bestimmt nicht. Zurückwaffen. Ach... Sag mal was doch, dass ich... Okay. Okay. Ich bin dumm. Ich dachte, ich muss die Linse auswählen. Okay. Platz wählen. Ähm... Ich hätte sie gerne... Hier ist es. Alles klar. Das ist das Störperfall. Achso, hier kann ich das ganze Zeug kaufen. Okay. Seilwerfer. Seilwerfer, Kriegsbogen. Scharfschussbogen. Was? Was? Wie heftig. Ich will den Scharfschussbogen. Und den Kriegsbogen. Und den Seilwerfer. Und die Schleuder. Ich will alles. Wie geil. Hallo. Okay, 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 okay. Alles klar. Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Also eine Sprengfalle? Jetzt sag los. Ähm... Noch was? Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Scherben zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Ähm... Nee. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay. Viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Ah, ich... 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 Das ist einfach diese Unbekömmlichkeit von dem Tutti so geil. Toll, Scherberfalle. Stufe 8. Okay. Schocktreten eine Falle. Okay. Ja. Ich... Ich... Sagen wir machen die. Quest aktivieren. Die Quest ist jetzt wo? Das war Karte wahrscheinlich, ne? Ähm... Wohlstand fahren. Ja, ich habe sie in der Hand, die Scherberfalle. Ziele auf den Boden in der Nähe eines Gegners und Feuere auf zwei Positionen. Ich habe das doch trotzdem nicht geladen. Okay. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Wenn wir erstmal eine Maschine finden Oh Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge Denn, ja, die Folge ist schon lang genug Schreibt auf jeden Fall die Kommis, wenn ihr ein paar Tipps habt und so Und schreibt auf jeden Fall auch mal, wie das Spiel zu finden Einfach mal euren Feedback und so in die Kommentare Auch was ich so ändern kann und wie, 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 wie Ich würde es einfach mal sagen, freut euch auf die nächste Folge Morgen, 15 Uhr, Reion sagt Ciao, macht's gut Und bis zum nächsten Mal, Leute